Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Auch am Dienstag müssen wir uns wieder auf Einheitsgrau einstellen. Bei Tageshöchstwerten von 7 Grad bleibt der Westsachsenhimmel den ganzen Tag über zugezogen. Gegen Abend kann es zu vereinzelten Regenschauern kommen. Diese Wetterlage können wir 1 zu 1 auf den Mittwoch spiegeln. Sonne bleibt aktuell Mangelware. Auch am Donnerstag ändert sich nicht viel. Das Quecksilber klettert bis auf 4 Grad und der Himmel zeigt sich trübe und zugezogen. Bei Temperaturen um die 6 Grad kommt auch der Freitag bedeckt daher. Mit ganz viel Glück reißt mal die Wolkendecke kurz auf und dann zeigt sich auch mal die Sonne.